Guten Tag liebe Interneter, die Online-Zeitung aus der Mittelpol-Region Rhein-Neckar. www.mn-news.de präsentiert das Tor des Tages von der Ludwigshafener Stadtmeisterschaft im Handfußball 2011. Torschütze war Christian Bärwanger vom SV Südwest Ludwigshafen im Viertelfinalspiel gegen VfR Friesenheim. Es endete zum Schluss mit 6 zu 1 für den SV Südwest Ludwigshafen. Hier die Balleroberung von dem Südwest-Neuzugang Georg Akopoulos vom SV Waldhof Mannheim. Und weil es so schön war, nochmals die Zeitlobe vom Tor von Christian Bärwanger. Und wir haben ihn vor der Kamera mit einem kurzen Statement. Und bei uns ist Christian Bärwanger davon abgesehen, dass er mit eines der schönsten Tore heute hier geschossen hat. Er ist auch Hallenmeister mit Südwest Ludwigshafen geworden. Christian, wie lange sehen wir dich noch hier in der Halle? Aufhören, mitmachen, aufhören, mitmachen. Also ich denke, dass es das letzte Mal war. Endgültig? Ich denke es, ja. Wie hat dir das Spaß gemacht? Ja, klar. Macht immer Spaß, da zu spielen. Du hast jetzt gewechselt in der Saison zu Südwest Ludwigshafen. Ab dem Zeitpunkt ging es tatsächlich stark nach oben. Wie hast du dich eingefunden bei Südwest Ludwigshafen? Sehr gut. Gut genommen war er auf in der Mannschaft. Und ich steige mir, dass da ein Ruck durchgegangen ist, wo Dominik Stumpf und ich dann komplett dazugekommen sind. Und es war eigentlich auch der Knackpunkt, dass jetzt mir jetzt willkommen sind, dass dann der Erfolgbild da ist. Ihr seid vom Abstiegskandidat tatsächlich ganz rausgekommen. Ihr habt jetzt Anschluss ans Mittelfeld. Was ist drin bei Südwest Ludwigshafen? Es ist drin, der erste Tabellenplatz ist drin. Und hängst du im Feld noch eine Saison dran? Wie sieht es da aus? Ich habe eigentlich vorbeiteilt im Mai, also noch eine Runde, die Schuhe an den Nacken hängen. Zum 20. Mal, 30. Mal, ich weiß jetzt nicht genau, aber... Ich habe es jedes Jahr vor eigentlich. Gut, also dann verlassen wir uns mal auf diese Aussage nicht und freuen uns, wenn du doch noch ein paar Jahre dabei bist. Dankeschön, Christian. Alles klar, danke. Das war das Tor von Christian Bärwana.